Bitteschön, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss. Mein Name ist Holger Schneider und ich bin Azubi im dritten Lehrjahr bei der VOR Bank Stromberg Neckar. Was ich an der Ausbildung zum Bankhoferin besonders mag, ist, dass sie so abwechslungsreich ist. Der praktische Teil meiner Ausbildung findet hier in der Bank statt. Und Unterricht habe ich an der Berufsschule. Es macht mir Spaß, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu erfahren, was sie bewegt, was sie jeweils Anliegen ist und Lösungen zu finden. Es wird also nie langweig, auch nicht, wenn ich an die Zukunft denke. Denn nach der Ausbildung möchte ich eine berufsbegleitende Weiterbildung machen, so wie meine Kollegin Nadja. Aber das erzählt sie am besten selbst. Ja, okay, dann übernehme ich mal. Holger, nimmst du das mal mit? Ich heiße Nadja Kroker und habe hier bei der VOR Bank Stromberg Neckar meine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Dabei habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte. Deshalb habe ich mich für das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm der Volksbanken Raiffeisenbanken, dem Bankkollege, entschieden. Hier hieß es dann, in der Bank erfolgreich arbeiten, Erfahrungen sammeln und zeitgleich im Bankkollegestudium Wissen ausbauen. Ich finde es gut, dass es für mich auch ohne Abitur diese Möglichkeit der Weiterbildung gibt. Natürlich gibt es auch Ausbildungswege für Abiturienten. Eine gute Freundin von mir hat damals das Abitur gemacht und hat sich anschließend für ein duales Studium zum Bachelor entschieden. Neben der praktischen Berufsausbildung in der Bank hat sie ihr betriebswirtschaftliches Studium an der dualen Hochschule absolviert. Jetzt hat sie einen staatlich anerkannten Hochschulabschluss und ist meine Kollegin. Was ist, redest du über mich? Nein, nicht über dich, über dein Studium. Aber das kannst du jetzt selbst erzählen. Ich heiße Katharina Reiling und ich habe mich nach dem Abitur für das duale Studium zum Bachelor entschieden. Ich habe in kurzer Zeit viel gelernt, auch viel Wissen umsetzen können und das alles, ohne auf weitere finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein. Durch meinen Abschluss habe ich jetzt die Möglichkeit, innerhalb der Bank schneller aufzusteigen und Einblicke in die internen Bereiche zu gewinnen oder irgendwann eine Führungsposition zu übernehmen. Jedenfalls bin ich zufriedene Mitarbeiterin der VR-Bank Stromberg-Neckar und bin damit bei einem der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands angestellt. Klingt nicht schlecht, oder? Warum das so ist? Die Volksbanken Reifeisenbanken investieren in die Zukunft. Wer spitze sein möchte in der Kundenberatung, muss in seine Mitarbeiter investieren. Wir Mitarbeiter profitieren also von der Fortbildung in den genossenschaftlichen Akademien. Und so kommt es, dass wir bei regelmäßigen Kundenbefragungen zur Qualitätskontrolle immer sehr gut abschneiden. Und wenn ich mir unsere Azubis so anschaue, bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird. Ich habe meine Sprachschwechchen, ich will ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020